Nun ist es bekannt. Sarah Lombardi verlässt Roberto und ist nun mit Joti, ihrem Tanzpartner, im Urlaub. Sogar Alessio ist mit dabei. Lange getrauert hat Sarah Lombardi nicht, denn sie versteht sich ziemlich gut mit ihrem Eiskunstläufer aus der Sendung Dancing on Ice. Fans glauben bereits jetzt, dass sie schon zusammen sind, auch wenn sie dazu noch nichts gesagt hat. Auch Joti hat noch kein Statement veröffentlicht. Das einzige, was Sarah gesagt hat, ist folgendes. Freunde sind Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben, wie man fliegt. Dazu postet sie noch ein Foto aus dem Urlaub, wo er sie hochträgt. Das dürfte Ex-Freund Roberto gar nicht gefallen. Ob Sarah demnächst alles offiziell macht? Was denkt ihr, sind die beiden zusammen? Und warum haben sich Sarah und Roberto plötzlich getrennt? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Danke fürs Zusehen!